Ich stehe hier mit Yvonne Neuwirth, die ihr erstes Match gegen Barbara Haas in drei Sätzen gewonnen hat. Zufrieden mit dem Auftakt? Ja, war ich sehr zufrieden heute. Ich habe eigentlich zu viel gespielt. Ein paar Fehler, aber die müssen auch dazu gehören. Und ja, sie hat sehr druckvoll gespielt. Und ich habe teilweise mit spielen und dann hat sie halt einen Fehler gemacht. Aber es war echt ein gutes Match, muss man so sagen. Ab wann hast du gewusst, jetzt habe ich es? Ich habe das nie gewusst. Ich habe es nicht gewusst. Es hätte auch anders möglich sein können. Es hätte auch im dritten jetzt noch 7.5 gehen können. Da war alles noch drinnen. Wie hast du diesen strittigen Matchball gesehen? Ja, weil der Schiedsrichter entscheidet. Da kann ich nichts dagegen machen. Das ist schizig. Der Schiedsrichter entscheidet. Tut mir leid für sie, aber... Sehr diplomatische Antwort. Ja, nein. Jetzt wartet, wenn ich mich nicht täusche, die Nummer 2 auf dich. Denisa Alatova. Was ist da drinnen? Alles. Kennst du sie? Nein, kenne ich nicht. Aber ich finde, bei jedem Zehner ist eigentlich alles drinnen. Da kann man gegen jeden gewinnen. Alles klar. Okay. Danke dir vielmals. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.